Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine fällige Entscheidung anzunehmen bei Quickstridin Lotti in Dessar Alor, an dieser Position. Wieso das Ausrufezeichen an dieser Position ist, kann ich nicht sagen. Ich befinde mich hier in der Beta, vielleicht wird es im fertigen Spiel an der Position sein. Ich befinde mich aber aktuell hier, wie ihr sehen könnt. Nun darf ich hier ein Lohr auswählen. Ich entscheide mich für den hier, für Baku. Soweit ich weiß kann man mit Baku bei das große Siegel, der steht daneben im Flugpunkt oder ziemlich in der Nähe und mit Baku kann man gleich hoch zu König Rastakan fliegen. Was man mit dem machen kann, mit Gong, kann ich nicht sagen. Hatte ich nie ausgewählt. Und damit ist die Quest bereit zur Abgabe bei Quickstridin Lotti in Dessar Alor. Wie man sieht, das Fragezeichen ist auch momentan falsch dargestellt. Wie gesagt, vielleicht im fertigen Spiel spielt sich alles an der Position ab. Danke fürs Zuschauen. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao! 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 Ciao!